Baccarat, das ist Baccarat. Das ist Ben. Genau, Ben kann man erkennen. Bacchi hat eine schmale weiße Halskrause, Ben hat eine breite und Bajuma hat gar keine. Jumi, du bist eine olle Spinne, ey. Sonst eine große Schnauze anderen Hunden gegenüber, macht sie mal alle platt. Nee, ich beschütze dich nicht. Geh mal mit Gati spielen, los. Wer ist denn der Stärkste von den Spielen? Wie vom Angeben und Spielen? Der Rüde? Ja. Gati, Gati, Gati. Nee, nee, Beauty spielt ja offen. Wow. Ja, hab ich doch gesagt, ist klasse. Aber nicht, wenn ich jetzt das Video aufnehme. Gati ist ganz toll. Vor allen Dingen spielt sie super. Wenn sie nur nett wäre, hätte ich gesagt, du, das ist heute ganz ungünstig. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die hellen gefallen mir sowieso besser, weil die nicht so grob aussehen wie die dunklen. Die dunklen, die sehen immer so brutal. Sie ist nicht hell? Also ich finde, die sieht aus wie meine Beauty. Ich würde sagen, die ist eine Dark Zobel. Ach so, dann ist der andere da irgendwie, der ist richtig, richtig fast schwarz. Ja, stimmt. Die anderen sind, es gibt ja ja noch welche, die fast jetzt beige gehen. Also ich finde sie hell. Ich finde sie von der Farbe her sehr schön. Ja, sie hat eine geile Farbe. Ja. Ich bin ja gespannt, was du zur Ausstellung sagen. Wo hast du denn eine Ausstellung organisiert? Bitte? Wo hast du denn eine Ausstellung? In Falkensee. In Falkensee. Aber jetzt eine Mali-Ausstellung oder was? Ach so. Gati, Benni. Guck mal, jetzt werden sie ruhig ein bisschen locker. Ja, ja. Aber die findet Benn ganz toll, siehst du? Die findet Benni ganz toll. Aber ich finde schön, sie bremst schön. Na, die sieht ja fast genauso aus, sag ich doch. Sie bremst schön. Aber guck mal, wie cool die eigentlich spielen. Aber die hat die Route oben. Gegenüber bei Juma, die vorhin die Route eingeklemmt hat. Los, Beauty, mach sie platt. Los. Genau, obwohl die auch nicht so viel mehr Fell haben. Ja. Na, Beauty hat jetzt wieder Fell gekriegt. Die hatte ja eine Seite, die war ja fast karl. Da konntest du ja die Haut sehen. Da haben sie ja oben das ganze Schwarze abgeschnitten. Da war oben das ganze Schwarz, was Dark ist. Nee, 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 nee. War nur noch flugkackert. Warte, die wollten noch ein bisschen lau. Ach, da bröllert schon mal jemand. Ja, sehr schön. Die ist da. Da, da mit Benni. Die ist da. Vielen Dank.